Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Let's play DayZ, die Mod von Arma 2 mit dem Markus und mir. Moigen. Moigen. Moigen, ja. Und wir gammeln hier in Czerno rum. Markus sitzt mit der Sniper oben auf dem Turm. Ich hab's keinen Bock mehr gehabt, bis hoch zu gehen und ich werd mich jetzt wieder runter chillen. Guck mal, ob der Bus steht da hinten. Kann ich von hier nicht sehen. Aber kannst ja insgesamt mal gucken, ob es irgendwas gibt, was da so abgeht im Moment. In der Stadt. Ja, ähm, ich guck mal, was ist die Feuerwache? Ich wollt erstmal mit Feuerwache und dann Militärspace, wenn ich hier runter kommen würde. Ja, die Feuerwache sieht leer aus. Ist ja keiner drin zu sein. Gut, dann geh ich in die Feuerwache erstmal. Ich brauch nämlich jetzt mal um die Tür. Ja, die Tür ist zwar außen, aber ich glaub, da ist keiner drin. Okay. Und sonst rennt da nix in Czerno rum. Wenn ja, sag mir Bescheid wo. Ich hab ja noch meine AK. Ja. Wie viel Schuss hab ich eigentlich in der AK? Das interessiert mich jetzt. Achso. Alter, da klettert wer runter. Alter, da ist einer mit einer Sniper. Schieß auf den. Der hat die richtig dicke Hacker-Sniper. Hacker-Sniper? Der hat diese Cheater-Sniper. Bist du denn? Unten rechts hockt der. Der hockt rechts. Von dir aus rechts. Jetzt rennt er da weg. Ich renne ihm hinterher. Weiß immer noch nicht, wo du bist. Rechts unten. Der rennt Richtung Krankenhaus. Ich seh, ich seh, ich seh. Alter, siehst du die Sniper, Junge? Die brauchen wir. Jetzt bist du. Schnell. Oh, komm, geh da hin jetzt. Hast du den gesehen? Ach, da hinten ist der. Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Ich schnapp mir den. Verdammt. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Ich seh nur noch dich. Ja. Mal gucken, wo der hin ist. Hockt der da rum? Du siehst ja gleich, wer stirbt oder wer überlebt. Ja. Ich seh ihn auf jeden Fall nicht mehr. Der musste hoch zum Krankenhaus gehen. Guck mal, ob er irgendwie aus der Stadt rausgeht oder so. Alter, wo ist der hin? Ah, da laufen Zombies. Zombies sind immer gute Anhaltung. Anhalter. Wo die hinlaufen. Ja. Alter, Alter, scheiße. Was denn? Hat mich abgeschossen. Von wo? Das weiß ich nicht. Er hat mich, glaube ich, getroffen gerade. Wie viel Leben hast du noch? Ähm, Verbandszeug. Ist auf jeden Fall rot. Weißt du von wo? Ja, ich stand in Richtung, wo du hingelaufen bist. Im Wald oder was? Weiß ich noch nicht. Hab ihn. Ich hab auf jeden Fall voll einen abgekriegt. Ich werde beschossen. Hab einen abgekommen mit einer Nahkampfwaffe. Wo hockt der? Ah, ich weiß, wo er ist. Ich hab ihn. Ich hol mir den Wichser. So, jetzt ist ihm was gebrochen. Ist er tot? Ne. Weil da ist gerade einer getötet worden. Warte, ich geh gleich mal gucken. Hast du zufälligerweise Blut oder so? Ich bin nämlich fast tot. Ja, müsste ich haben irgendwo. Ich muss mich kurz bandagieren und dann. Komm schon, bandagier dich vor dem Zombie. Ich glaub nicht, dass der das war. Ich muss mich bandagieren, Mann. Bandagier dich doch. Ja, ich weiß, wo der hockt. Der hockt beim Krankenhaus da auf den Häusern drauf. Leider hab ich nur eine Nahkampfwaffe. versteckt dich da oben, legt dich da hin. Ja, ich liege mit Knochenbrüchen. Und fast tot. Ein Schuss, ein Schuss noch und ich bin tot. Bleibt da gefährlichst liegen, ja. Alter, ficken. Scheiß, Zombie, ey. Ich glaub jetzt, jetzt blut ich schon wieder, oder was? Super, ein Schuss. Ich bin auch tot. Alter, ich will die Sniper haben, Mann. Bandagier die Schlampe. Ich seh nur ungefähr nix mehr. Und er verschwommen, ey. Ja, ja, super Knochenbruch. Kein Bandage-Track mehr. Alter, ich hätt den von Anfang an wegsniper. was wir snacken sollen. Ich bin gleich tot. Ich hab keine, ähm, kein, kein Heilzeug mehr. Und ich blute. Na, Hammer. Gucken, ob der da oben noch liegt, der sitzt. Wenn, dann snack ich ihn noch weg und dann klein vielleicht. Klein vielleicht. Wahrscheinlich werde ich jetzt direkt weggesnackt. Der ist tot. Nein, jetzt ist er tot. Aber ich bin auch tot. Der liegt da oben auf dem Haus drauf. Welchem Haus? Hier, ich weiß wo, bei Ciano. Ich weiß nicht, ob der tot ist. Ich hab dem relativ viele Schüsse gegeben. Sag mir, wenn jetzt noch einer stirbt. Alter, ich will... Wo ist der denn? Was bin ich auf welchem Haus? Bei Ciano, ähm, in diesem... Ja, ich bin in Ciano. Bei diesem Krankenhaus auf den roten Häusern. Auf den roten Häusern, toll. Auf dem kleinsten davon. Wenn da jetzt jemand stirbt, dann geh da hin und hol dir die scheiß Sniper. Alter, ich bin, ich bin... Ich hab ein Knochenbruch. Achso, dann bleib liegen. Ich gucke, wo ich gespawnt werde, dann geh ich erst da vorbei und dann komm ich zu dir. Und wenn ich jetzt nicht am Arsch der Welt gespawnt werde. Ich will in Ciano gespawnt werden. Wie hieß der denn eigentlich? Ich hab keine Ahnung Der lag da relativ regungslos Ich kam da hoch, liegt da so Aber ich glaub der hat auch auf mich geschossen Ich war dann relativ schnell tot Auf jeden Fall hab ich hier ein paar Kugeln reingeballert mit der AK Setup completed, please wait Alter, so viel Spannung ey Das ist schon wieder nicht gut für mein Herz Hast du ein Herzproblem oder was? Oh nein, 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 hab ich nicht Wir haben heute einen Sport, so Gesundheitssport haben wir jetzt Und wir haben jetzt so Rückentraining Alter, ich bin wieder da gespawnt, wo ich eben war Mit der gleichen Waffe und Ausrüstung Ich komm erst hoch und geb dir ein Blutpack Hast du zufälliger Morphium oder? Ja, hab ich auch dabei Na gut, weil ich Knochenbruch muss dringend geheilt werden Kann der Lapp mich von hier treffen? Könnte er theoretisch Ja, beweg dich in Zick-Tack-Linien oder so Ja, ich kletter ne Leiter hoch, Mann Oder so, bis so was Kleine Leiter Ich bin unter dir Mit den gleichen Sachen, Alter Das scheint ein Problem an meinem Computer zu sein Dass ich andauernd überall gleich gespawnt werde Oder wir sind wieder auf dem Lappen-Server Ne, das war ein anderes Das fing nur mit 1,4 irgendwas an Komm schon, ich muss da hoch schaffen Ich weiß, dass ich eh wieder unten gespawnt werde Also Ja, ich seh dich, ja Hinlegen Ähm, kann ich dir nichts geben? Okay Ach ja, das ist alles im Rucksack Daher kann ich dir nichts geben Morphine kann ich, hab ich Ähm, dann hab ich Blutbag Giff Morphine Bleib sitzen Gucken, ob ich jetzt getroffen werde von irgendwo Gib mir dann kurz die Sniper Ich weiß, wo der liegt So, blatt Leg die mal auf dem Boden Oder warte, ich mach das mit der AK schnell Mit der AK? Was? Ja, ich kann auch von der Ich hab auch mit der N-Field schon jemanden weggesnipert Na, so ist nicht Na gut, danke Wie schaut's aus mit deinem Blut? Ich denke, ja Das ist grün wieder Voll grün Bleib da liegen Und guck ein bisschen auf die Stadt So, den Wichser hol ich mir jetzt Ey, ganz ehrlich Aber sowas von Ich werd so rumschreien Wenn ich diese ACR hab Ne, das ist so eine Sniper Auf 1000 Meter irgendwie genau Dann nimmst du die am besten Oder Ja, weiß nicht Muss ich mir noch überlegen Außer der ist jetzt halt da weg, ne Oder Der nimmt sich jetzt meine AK Das könnte natürlich auch sein Wenn er meine AK nimmt Dann wär das ziemlich Bobby Haha, ich komm jetzt wieder ange Aber wenn ich das Problem hab Kann es sein, dass die anderen auch das Problem haben Mit dem Server Vielleicht wird er dann auch wieder in China gespawnt Auf jeden Fall will ich die Knarre haben Ganz ehrlich Ich will die Scheiße haben Bleib da liegen Und so, dass man dich nicht treffen kann Am besten Ich komm diesmal aus einer anderen Richtung Da du ich am besten So Vielleicht ist er ja tot Wär ziemlich schön Ohje Was denn? Es hat grad auf mich geschossen Hat aber nicht getroffen Ja, bleib liegen, Mann Ja, ich liege ja Ja, dann Dreh dich mal um Ob da einer hochgeklettert ist Ne, es war ein Sniper Schuss Es war selbe Schuss wie vorhin die ganze Zeit auch Dann liegt der noch da auf dem Haus drauf Dann hol ich mir den jetzt Den Dixer Aber ja, zum Glück hat er nicht getroffen Sauber Er wollte wahrscheinlich die ganze Zeit jetzt auf mich gucken Ja Also ein bisschen abgelenkt ist er Sollte er sein Ja, ich ziehe so viele Zombies hinter mir her Ich weiß nicht, ob er noch auf dem gleichen Haus liegt Kann natürlich sein Aber jetzt weiß er eh, dass ich komme Hier liegt ein Jerrycan und ein Warte mal grad Ach, ne Komm, stirb, stirb, stirb Ich hab ihn getötet Ja, gut Und er hat mir nichts abgezogen am Blut Ist er das gewesen? Weiß ich nicht Ich hoffe mal Ich hoffe das mal Weil ich will hier nicht die ganze rumliegen Warte, sag ich dir gleich, was der dabei hat Hier Nein, das ist der nicht gewesen Ich weiße Ich hab auf jeden Fall ne Map Weg hier Das war der schon mal nicht Wie lädt man nochmal nach? Auf R, ne? Mit R Guck mal, ob der andere Lapp noch da oben liegt Guck mir nochmal sein Body an Loll Ich hab mich grad in die Wand reingekrochen Der hat Munition für alles dabei Eine Markerauf hat er dabei Der kann mir kein Damage machen Open sein Pack Der hat nichts dabei Vielleicht liegt der andere jetzt oben Mal gucken, ob ich jetzt wieder sterbe, dann weiß es Ja, der andere liegt hier oben Mit der Sniper Oder? Mit einer anderen Waffe Hinlegen, Y Alter Auf welcher Seite ist denn das? Rechts, oder? Äh, beim Krankenhaus, ja Der hat AKM Munition für mich Danke Antibiotika Ist er tot, oder was? Ja, ja Hier ist ein Toter Bin der Sniper Nein, keine Sniper, leider Essen hat er schon mal dabei Trinken hat er dabei Den hab ich eben getötet schon, wahrscheinlich Der hat Keine Sniper dabei Ähm Dann hockt der irgendwo im Wald Der mit der Sniper Äh Axt Habe ich auch dabei Military Flashlight Keine Ahnung Die wollten ein Auto zusammenbauen So wie das aussieht Wo kann denn der Lappen hocken? Ich lieg gerade hier ein bisschen ungünstig Weil der sieht ziemlich weggesnipert aus hier Ich geh mal runter Wobei Da sind mir ziemlich viele Zombies Na, passt schon Ja, Alter Verpisst euch, scheiß Zombies Alter, komm Ich will die nicht alle abknallen Alter, komm, geh What the fuck Na toll Jetzt bin ich schon wieder ohnmächtig Fuck Zu viele Zombies auf einmal Scheiße 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 Alter, ich bin beim Krankenhaus Wenn ich das überlebe Weiß ich noch nicht Wie ich hier rauskommen soll Wo ist die da? Spacken Komm schon Nimm die Haka Und schieß die Wichser tot Naja, ich bin schon wieder tot Da steht ein Traktor Hol ihn dir, Mann Jetzt muss ich durch die ganze Stadt rennen Da steht auch Feld Da steht mitten auf dem Feld Und ich bin schon wieder